Hallo, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen an einem besonderen Ort. Und ich stehe hier nicht umsonst. Ich habe Sie in den letzten Wochen immer wieder gebeten, dass wir zusammenhalten, dass wir gemeinsam schauen, dass wir das Coronavirus in den Griff bekommen. Aber neben all den Einschränkungen, die wir haben, ist es manchmal auch wichtig, etwas gemeinsam Schönes zu tun. Und deswegen stehen wir heute hier, denn ich möchte Sie einladen, am Samstag zu kochen. Gemeinsam gegen einsam. Sie zu Hause. Ich darf hier kochen. Und ich bin nicht diejenige, die es vorbereitet. Ich habe das Glück eingeladen worden zu sein von Sternekoch Philipp Hälzle, der hier neulich seinen ersten eigenen Stern erkocht hat und jetzt sein Wissen an Sie und an mich weitergeben möchte. Am Samstag um 17 Uhr würde ich mich freuen, wenn wir zusammen stehen, zusammen kochen und am Ende zusammen essen hier drin. Und wir werden Sie in den kommenden Tagen informieren über die Zutaten, die Sie brauchen, die Möglichkeiten vielleicht in der Region einzuschauen. Weinempfehlungen unserer Weinmeistät und alles, was dazu gehört, damit wir am Samstag einen schönen Abend miteinander verleben können. Kommen Sie doch mit. Wir gehen in die Küche. Gucken Sie, was Sie erwartet. Ja, jetzt sind wir auf Ort des Geschehens und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir hier sozusagen digital am Samstag zusammenstehen, wenn hier auch Zutaten stehen, wenn das, was Sie einkaufen und was wir uns besorgen mit den wunderbaren Regionalmarken und natürlich der Unterstützung durch Philipp Hälzle, denn ansonsten wird das mit dem Sternemenü nichts, wenn wir hier zusammen kochen können, wenn wir dann gemeinsam genießen können und wenn wir einfach zusammen stehen, zusammen essen, gemeinsam gegen einsam uns auf den Weg machen. Bis Samstag!